Musik Keine zwei Jahre nach der Riesenölpest im Golf von Mexiko kämpft die Ölbranche schon wieder mit einem Riesenleck, diesmal an der Nordsee auf der Totalplattform Elgin. Wir fragen, Christoph von Liefen von Greenpeace heute bei Finance TV, haben die Ölkonzerne die Kontrolle über ihre Bohrtechnik verloren? Sie haben vor allen Dingen nichts gelernt. Weder aus der Ölplattform-Katastrophe im Golf von Mexiko, jetzt aus der Elgin-Katastrophe, sieht man, dass die Aufsichtsbehörden und die Ölkonzerne, die ja beide verantwortlich sind dafür, ob solche Lecks überhaupt solche langfristigen Auswirkungen haben, haben keine Notfallpläne ausgearbeitet, keine Vorsorgemaßnahmen getroffen und sind offensichtlich nicht in der Lage, solch ein Leck schnell zu schließen. Hätte man das überhaupt machen können, indem man Maßnahmen ergreift oder Pläne erstellt, um sowas kontrollieren zu können? Ja, natürlich, aber diese Pläne und diese Maßnahmen hätten Zeit und Geld gekostet. Sie müssen sich vorstellen, es gibt nicht mal eine Versicherung. Für keine dieser Ölplattformen und Gasplattformen, die hier weltweit existieren, gibt es eine Versicherung. Das heißt, es ist nicht nur eine Hochrisikotechnologie, sondern es ist auch ein hohes Risiko für jeden Investor, dort sein Geld reinzustecken. Wie sicher sind denn diese Tiefseebohrungen unterm Strich? Tiefseebohrungen sind prinzipiell insofern unsicher, dass dort Hochrisikotechnologie angewandt wird, dass in einem Gebiet gebohrt wird, was, falls es zu einem Unfall kommt, nicht mehr, wo es keine Handlungsmöglichkeiten mehr gibt. Das haben wir in der Deepwater Horizon ganz klar gesehen. Wir sehen das auch an vielen anderen Stellen, dass wirklich auf 1800 Meter Tiefe kann nicht mehr normal gearbeitet werden. Nur wenn dort Vorsorgemaßnahmen getroffen werden würden, wie zum Beispiel die Bereitstellung von sofortigen Entlastungsbohrungen, die parallel schon zu den ersten Bohrungen sind, die Bereitstellung von jeweils zweiten Rettungsgeräten, nur dann ist es überhaupt auch nur ansatzweise risikominimierend. Aber das Risiko ist immer sehr, sehr groß. Aber das würde funktionieren, wenn man parallel eine zweite Bohrung ansetzt, die man dann nur bis zum Ende durchstechen muss, wenn was passiert? Ob es funktionieren würde oder nicht, es wäre eine Risikominimierung. Das Problem ist ja ein größeres, wenn man sieht, wo die Ressourcenförderung hingeht. Wir gehen immer mehr in Grenzbereiche. Das arktische Öl ist das nächste große Ding, vor dem die Branche steht. Wir brauchen das hier wahrscheinlich auch, diesen Rohstoff. Ganz andere Spielregeln als in der Tiefsee. Wie sicher sind die arktischen Ölbohrungen? Es gibt keine sicheren arktischen Ölbohrungen. Faktisch ist es auch so, dass erstmal sind wir der Meinung, dass wir diese Ressourcen dort nicht brauchen und nicht ausbeuten müssen, weil der Ausbau regenerativen Energien einfach notwendigerweise schneller gehen muss. Und dann können wir auf diese fossilen Energien verzichten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass in der Arktis A durch Wetterbedingungen und B aber auch zum Beispiel durch Eisberge die Gefährdung sehr, sehr viel größer ist als unter normalen Bedingungen, wie zum Beispiel im Golf von Mexiko. Und drittens ist es so, dass falls dort etwas passiert, ein Unglück wie im Golf von Mexiko, es keinerlei Möglichkeit gibt, schnell auch wirklich zu handeln. Es gibt keine Möglichkeit, mal eben mit Flugzeugen, mit vielen Schiffen dorthin zu fahren, um die notwendigen Eingrenzungsmaßnahmen wirklich zu treffen. Das ist unverantwortlich, in der Arktis nach Öl und nach Gas zu bohren. Aber ich unterstelle mal, der Trend wird trotzdem dahin gehen. Es wird diese Bauung geben. Was müsste die Industrie machen oder worauf müsste hingewirkt werden, dass zumindest die Risiken einigermaßen kontrollierbar sind? Shell versucht jetzt gerade, in der Arktis zu bohren. Gazprom versucht es in der russischen Arktis jetzt anzufangen. Unserer Meinung nach muss es ein Moratorium geben, muss es eine Vereinbarung geben, genauso wie die für die Antarktis, dass keine Rohstoffe dort ausgebeutet werden. Es gibt momentan keine technischen Lösungen für eventuell entstehende Probleme. Deswegen darf man das dort nicht tun. Sind Sie wirklich der Meinung, wir können auf diese ganzen Grenzbereiche verzichten in der Ressourcenförderung? Wir sind nicht einfach nur der Meinung, sondern wir haben uns auch gemeinsam mit führenden Forschungsinstituten weltweit Pläne ausarbeiten lassen, wie es geht, ein Face-out zu gestalten, dass zum Beispiel Deutschland im Jahre 2050 auf fossile Energien komplett verzichten kann. Diesen Plan haben wir nicht selbst ausgearbeitet, sondern wir haben Gutachter und externe Experten damit beauftragt, zum Beispiel das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt, die uns diesen Plan gemacht haben. Dieser Plan ist ja auch jetzt gerade aktuell bestätigt worden vom Vorsitzenden der Fraunhofer-Gesellschaft, von Herrn Professor Bullinger. Aber die Welt besteht nicht nur aus Deutschland. Es gibt andere Länder, die weniger technische und finanzielle Möglichkeiten haben. Die brauchen das Zeug dafür. Das ist richtig. Deswegen brauchen wir auch Rahmenbedingungen, gesetzlich geschaffene eventuell, die dafür sorgen, dass zum Beispiel die CO2-Emissionen von Fahrzeugen massiv gesenkt werden. Die Technik dafür ist lange da, auch weltweit die massiv zu senken. Faktisch ist es so, dass sich die Autokonzerne immer noch weigern, wie zum Beispiel im Moment VW, weigern, bestimmte Reduzierungen wirklich in ihre Produktion mit einfließen zu lassen. Obwohl sie schon vor 15 Jahren gesehen haben, sie können ein 3-Liter-Auto bauen, den 3-Liter-Lupo, werden heute keine Autos mehr gebaut, die so wenig Sprit verbrauchen. Und das ist eine absurde Situation. Wir haben ja zumindest in der Ressourcenförderung eine Art Brückentechnologie gefunden. Ich vermute mal, dass Sie da auch kritisch gegenüberstehen, nämlich das Fracking, in dem aus Schiefergasfeldern Gas gewonnen wird, die onshore sind, die in den USA sind, in Mitteleuropa, wo man keine Risiken hat durch Tiefseebohrungen, keine arktischen Bedingungen. Praktisch Gas vor der Haustür. Es gibt Leute, die sagen, da sind auch Umweltrisiken dahinter. Was sagen Sie? Es ist ganz praktisch so, dass Fracking, so wie es im Moment betrieben wird, keine wirkliche Alternative ist und auf jeden Fall nicht als Brückentechnologie gelten kann. Auch wenn wir sagen, Gas prinzipiell ist eine Brückentechnologie, gehen wir davon aus, dass Gas aus konventionell geförderten Feldern dafür genutzt wird. Fracking bedeutet, dass unter hohem Druck mit einem hohen Energieaufwand Chemikalien in eine große Tiefe gepresst werden. Dort wird Gestein aufgebrochen, dass in diesem Gestein gespeicherte Gas nach oben gefördert wird. Wir haben gerade ganz aktuell den Fall in Völkersen, südlich von Bremen, dass dort gefrackt wird und dass die Benzole, die krebserregend sind, durch die Leitungen, durch auf die Felder und ins Grundwasser diffundieren. Das ist keine Methode und keine Technik, die so weit ausgereift ist, dass man wirklich sagen könnte, es würde eine alternative Energieversorgung darstellen können. Aber die Konzerne sagen, es ist noch lange nicht bewiesen, dass es Schäden gibt. Die Konzerne werden so lange sagen, es ist nicht bewiesen, bis sie verurteilt worden sind. In den USA gibt es die ersten Verurteilungen. Der größte Gegner des Frackings in Deutschland ist interessanterweise der Chef oder der größte Wasserversorger Deutschlands. Der sagt nämlich, Fracking-Technologie ist so riskant, dass die Wasserversorgung der Bundesrepublik Deutschland massiv gefährdet ist, wenn es hier so in solchen Maße wie in den USA durchgeführt werden würde. Die Amerikaner fracken ja in extremem Ausmaß. Man hat aber noch nichts gehört von dramatischen Umweltschäden. Was man aber schon gehört hat, die Amerikaner sind völlig unabhängig geworden von Gasimporten. Das heißt, die müssen das Zeug nicht mehr dem Herrn Assad abkaufen. Das wäre doch auch ein Modell für uns. Es ist wirklich so, Amerika ist einer der größten Gasproduzenten der Welt geworden, durch das Fracking unter anderem. Es ist aber auch so, wenn Sie sich erkundigen würden, dann ist es wirklich so, Sie sehen, dass es ganz massive Umweltschädigungen auch in den USA gibt und dass es auch großen Widerstand dagegen gibt. Das sind klare Thesen. Ich versuche, die nochmal aufzuspießen mit unseren drei Fragen, die ich Ihnen mitgebracht habe, mit der Bitte um die Ja- oder Nein-Antwort. Zunächst die Frage, werden die Erfahrungen aus dem Gaseck auf der Totalplattform die Gasförderung in der Nordsee sicherer machen? Nein. Zweite Frage, wird die BP-Katastrophe im Golf von Mexiko auf langer Zeit die größte Ölpest aller Zeiten bleiben? Nein. Und können wir angesichts des steigenden Energiehungers der Welt, der ja nun mal da ist, langfristig auf die Ressourcenförderung in Grenzbereichen verzichten? Ja. Spannende Einblicke, klare Meinung. Und danke für Ihren Besuch bei Finance TV. Wir hoffen, das war für Sie auch interessant. Wir hoffen natürlich auch, dass Sie morgen wieder zuschauen, 12 Uhr bei Finance TV. Dankeschön und tschüss.